So, moin moin YouTube. Wir fahren mit unserem Skandia im hohen Norden durch die Gegend. Erstmal geht es von Hüborg nach Dorabat, 460 Kilometer. Fangen wir mal an. So, sollen wir noch mehr rauskommen. Was ist das denn für die Ruine hier? So, Tank reicht auch, jawoll, perfekt. Was ist das? 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 So, hier rüber, auf die Autobahn, auf die M10. Was ist das denn für ein Kreis hier vorne? Hier runter, ne, hier weiter, geradeaus, weiter. Genau, geradeaus, weiter. So, wir fahren unten auf, okay, okay. So, jetzt fahren wir auf. Oh, Wolfgang Lösemangel ist ja nicht übermütig werden. So, jetzt fahren wir hier rein, darüber. Komm, mach auf, 3 Euro, ja, jetzt können wir es leisten. Okay. 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 Es schaut schon interessant aus, diese Optik hier oben. So, nächste Maut. Oh, Junge, ich bin müde. Geradeaus, komm. Fährt er mir rein? Was soll denn das, Junge? Da hot es wieder geht's. er zieht halt verdammt gut an er zieht richtig gut Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ah, sieht die Brücke schon nice aus. Der Hafen? Cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, stopp, stopp, stopp. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt fahren wir hier rüber, wieder so eine schöne Schleife, dann auf die A 180. So, jetzt fahren wir hier rüber. Hoppala, das war nicht so gut. Also, die A 180 ist offensichtlich keine Autobahn. So, jetzt fahren wir hier rüber. 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 Das war's. Habe ich zu spät gesehen. Narva fahren wir gerade durch, okay. Eine Grenze haben wir da. Sehr schön. Ich fände es sehr interessant, wenn Sie die Möglichkeit geben, dass nicht alles in Ordnung ist. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020